In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Strickstück abhäkelt. Und zwar habe ich jetzt hier die Schlaufe schon auf die Häkelnadel geholt. Dann geht man in die nächste Masche rein, wie wenn wir rechts stricken, holt sich eine Schlinge auf die Häkelnadel und dann häkelt man es wie eine feste Masche zusammen ab. Und wir haben, damit es ein bisschen lockerer ist, hier noch eine Luftmasche dann gehäkelt. Dann wieder in die nächste Masche rein, eine Schlinge auf die Nadel holen, dass wir zwei Schlingen haben, abhäkeln und eine Luftmasche. Und so wird es dann abgehäkelt.